Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. Russland startet geheime Missionen, um amerikanische Spionagesatelliten aus der Nähe anzusehen. Rocket Lab stellt persönlichen Startrekord auf. SpaceX startet für Korea-Mond-Mission. James Webb findet Galaxien weniger als 2% nach dem Urknall. SLS wird ein berühmtes Schaf auf Artemis 1 Richtung Mond mitnehmen. Trümmerteile von SpaceX und chinesischer Langamarsch stürzen auf Land und die NASA arbeitet an einer ISS-Zukunft ohne Russland. Alle Hintergründe und noch viel mehr klären wir heute in den Raumfahrt-News. Ich bin der Mo von Sägerich-Starter und wenn dir Raumfahrt-News gefallen, Like da lassen und Abonnieren nicht vergessen, damit der Algorithmus auch weiß, du willst die spannenden Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpassen. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Montag, den 1. August, ist eine Soyuz 2.1 V mit Volga-Oberstufe von Plesetsk ausgestartet. Die Soyuz 2.1 V hat mit, meiner Meinung nach, relativ wenig mit der R7-basierten Soyuz zu tun, an die man so bei Soyuz-Staats normalerweise denkt. Es gibt weder die Vier-Seiten-Booster für das Koroljow-Kreuz und das Antriebssystem in der Erststufe basiert auf dem sowjetischen NK-33 mit gestufter Verbrennung. Spannender als die Rakete war aber die Nutzlast mit dem Katalognamen Cosmos 2558 für das russische Militär. Der wurde in die gleiche Orbitalbahn geschickt wie der von SpaceX im Februar gestartete Spionagesatellit NAOL 87. Es wird vermutet, dass es sich bei Cosmos 2558 um einen Spionagesatelliten zur Orbitaufklärung handelt. Der russische Satellit also herausfinden soll, was das da für ein US-amerikanischer Satellit ist. Bei der dichtesten Annäherung sollen die beiden Satelliten unter 80 Kilometer voneinander entfernt gewesen sein. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Anfang des Jahres haben sich chinesische und amerikanische Satelliten ein Katz-und-Maus-Spiel im Geo geliefert, als der geheime US-Satellit mit der Katalognummer 270 einen Xinjiang 12-Satelliten anschauen wollte. Das hat der chinesische Satellit aber nicht mit sich machen lassen. Und auch Russland hat mit Cosmos 2542 schon mal versucht, den mit einer Delta Heavy gestarteten NROL 65-Satelliten auszuspionieren. Wenn wir bei Starts des National Reconnaissance Office sind. Ja, der erste Rocklip-Startversuch von NROL 199 mit einer Elektron-Von der Mahia-Halbinsel in Neuseeland, der hat leider nicht sollen sein. Mit fast 500 hartgesottenen Raumfahrtfans sind wir am Dienstagmorgen extra früh aufgestanden, um den Start für das National Reconnaissance Office zu streamen. Ja, die Rakete war betankt und mehrfach lief der Countdown runter, um dann doch nur wenige Minuten vor dem Start wegen zu starken Windes abgebrochen zu werden. Am frühen Donnerstagmorgen, den 4. August um 5.08 Uhr MESZ hat China mit einer Langmarsch 4B von Taijuan ein Erdbeobachtungssatellit zur Überwachung der weltweiten Vegetation gestartet. Genauer wird mit einem Spektrometer die Photosyntheseleistung auf globaler Ebene untersucht. Am Dienstag hat es nicht sollen sein, dafür lief dann am Donnerstag für Rocket Lab alles am Schnürchen. Um 7 Uhr MESZ ist die Elektron mit dem US-Spionalsatelliten NROL 199 abgehoben. Für Rocket Lab war es mit 22 Tagen die kürzeste Dauer zwischen zwei Starts und der 26. erfolgreiche Start einer Elektron. Auch am Donnerstag, den 4. August um 12.09 Uhr MESZ hat die United Launch Alliance von Florida aus einen Infrarotsatelliten für die US-Space Force gestartet. Die Rakete war eine Atlas 542-1. Auch hier waren wir wieder 500 Raumfahrtbegeisterte, um uns das in der Mittagspause live anzusehen. Der Satellite wurde von der Centaur-Oberstufe mit RL10 auf einen geostationären Transferorbit geschoben. Von dort aus wird der von Lockheed Martin gebaute Satellit seinen finalen Orbit aus eigener Kraft erreichen. Mit seinen Infrarotsensoren soll er vor startenden Raketen warnen. Um 16 Uhr MESZ, auch am Donnerstag, ist dann eine New Shepard-Rakete von Blue Origin gestartet. An Bord der wasserstoffbetriebenen einstufigen Rakete waren sechs Touristen. Unter anderem der YouTuber Kobe Cotton von Dude Perfect und Mario Ferreira, der erste Portugiese im All. Und mit Sarah Sabri, der erste Mensch mit ägyptischer Staatsbürgerschaft im All. Alles nur suborbital, aber trotzdem. K-Mann-Linie ist K-Mann-Linie und damit per Definition im Weltraum. In China hatten wir am Donnerstag, den 4. August, eine lange Marsch 2F gestartet. Die kennen wir hauptsächlich als Träger für die bemenschten Shenzhou-Missionen der Chinesen. Diesmal waren keine Taikonauten an Bord, sondern ein wiederverwendbarer Gleiter. Vergleichbar mit Boeings X-37, der für die NASA gebaut wurde. Wie dieser Gleiter aussieht und für was er gedacht ist, kann ich nicht sagen. Aber ich würde mal mutmaßen, es geht um Technologieerprobung für den Wiedereintritt. Wie SpaceX arbeitet China ja an einer vollständig wiederverwendbaren Trägerrakete, der technologisch dann doch sehr weit weg ist von dem bisher in China eingesetzten ablativen Hitzeschild. Gestartet wurde um 18 Uhr 2 MESZ von Jing Kuan aus. Eigentlich wollte ich ihn nicht streamen, von wegen junger Senkrechtvater mit Schlafmangel. Aber es war dann doch ein viel zu spannender Start oder eine viel zu spannende Mission, als sie ungestreamt vergehen zu lassen. Der 168. Start einer Falcon 9 mit der ersten Mondsonde für die südkoreanische Raumfahrtbehörde, Kari. Südkorea hat ein ambitioniertes Monderforschungsprogramm und das mit einem Bruttosozialprodukt, das noch nicht mal halb so groß ist wie das von Deutschland. Diesmal noch mit SpaceX sollen die zukünftigen Mondforschungsmissionen mit Landern und Rovern dann mit der koreanischen Nuri-Rakete erfolgen. Ich weiß, ich reite da ein bisschen drauf rum, aber richtig gehört. Südkorea ist im Gegensatz zu Deutschland per Definition mit eigenem Träger seit diesem Jahr Raumfahrtnation. Nudge nudge. Spannend an dem Korean Pathfinder Lunar Orbiter mit dem Missionsnamen Daonuri für Mondfreude. Ja, das ist der Weg zum Mond. Mit einer ballistischen Bahn in Richtung Sonne geschossen und dann vom L1 Lagrange Punkt 1, also zurück Richtung Erde fallend. Dort wird der Mond in den Weg kommen und so wird der Orbiter fast ohne Treibstoff in einen Mondorbit einschwenken können. Das ist sehr effizient, aber dafür dauert es auch viel länger als der direkte Weg. Während man mit einem Hohmann-Transfer bei Apollo in drei Tagen zum Mond fliegen kann, wird Daonuri viereinhalb Monate dorthin unterwegs sein. Der Daonuri Mondorbiter soll nach Wassereis, Uran, Helium-3, Silizium und Aluminium für spätere Erkundungsmissionen suchen. Dafür ist der Orbiter unter anderem mit einer sehr lichtempfindlichen NASA-Kamera ausgestattet, mit der sich dauerhaft im Schatten befindliche Mondkrater ablichten lassen. Wenn die Sonne in einen Mondorbit eingetreten ist, wird es ein Riesenerfolg für die koreanische Raumfahrt. Für SpaceX ist die Mission mit Aussetzen der Nutzers jetzt schon ein Erfolg. Zum einen war es der 34. Start für SpaceX in diesem Jahr, was ein neuer Rekord für SpaceX ist, aber auch die 60. erfolgreiche Boosterlandung am Stück. Das ist schon auch ein beachtlicher Rekord. Nach amerikanischer Zeit war das übrigens vier Raketenstarts amerikanischer Unternehmen an einem Tag. Zum Vergleich, Europa hat bisher im gesamten Jahr 2022 eine Ariane 5 und eine Vega C gestartet. Ab und zu hat die europäische Raumfahrt dann aber doch Sternstunden, wie der Start des James Webb Teleskop mit einer Ariane 5. Neben den begeisternden Bildern, die James Webb für uns Weltraumfans liefert, kommt man kaum hinterher, was die Entdeckung in den James Webb-Daten angeht. Aktuell liegt der Rekord für die älteste gefundene Galaxie bei nur 233 Millionen Jahren nach dem Urknall. Der Urknall selbst soll ja vor 13,8 Milliarden Jahren gewesen sein. Damit sind wir jetzt also schon unter 2% an der Entstehung des Universums dran. Schon crazy, oder? Nicht, dass ich annähernd die aktuellen Modelle für die Entstehung des Universums verstehe. Trotzdem sind es solche Zahlen, die einen dann doch irgendwie umhauen. Beim SLS läuft alles planmäßig. Die Modrakete der NASA wird auf ihren Erstflug vorbereitet. Sollte alles weiter nach Planen gehen, wird am 18. August die Rakete auf das Startpad 39B gebracht. Und der erste mögliche Starttermin wäre dann der 29. August. Wie die NASA mitteilte, würde man bei Artemis 1 auf die Tube drücken und auch Risiken eingehen, die man so nicht für den bemenschten ersten Flug des SLS mit Artemis 2 machen würde. Hauptziel der Artemis 1 Mission wäre neben dem Flugtest der gesamten Rakete der Test von Orion unter Wiedereintrittsgeschwindigkeit. Die ist vom Mond deutlich höher als bei dem bisher getesteten Flug im niedrigen Erdorbit. Was interessiert da am meisten? Ja genau, das Hitzeschild. Neben dem Hitzeschild ist mit einer maximalen Missionsdauer von 42 Tagen auch das ein Maximaltest der Hardware. Ja, das Orion Raumschiff ist ja eigentlich dafür ausgelegt, zusammen mit dem europäischen Service Modul eine vierköpfige Crew für 21 Tage zu versorgen. Also ist das schon eine gute Steigerung. Der erste Flug mit Menschen dann von Artemis 2 um den Mond ist nun für frühestens 2024 geplant. Apropos ESM European Service Modul. Auf das ist die ESA berechtigterweise sehr stolz. Ich durfte ja mit Toni in den Airbus-Reihenraum nach Bremen, um dort den Bau des ESM 3 zu bewundern, das dann die Crew für die erste richtige Mondlandung mit Artemis 3 supporten soll. Die ESA hat nun schon das Schaf als Teil der Crew von Artemis 1 bekannt gegeben. Ja, wir hatten einen Professor an der TU, der hat in seinen Vorlesungen Pausen eingebaut, um schon das Schaf Filme zu zeigen. Seiner Meinung nach hätten wir die Aufmerksamkeitsspanne von Goldfischen. Ja, ich befürchte, er hatte recht. Ich hatte letzte Woche über die Fusion von OneWeb mit Eutesat gesprochen und dass da jetzt ganz schön Bewegung in der Branche ist. Länger schon plant Viasat die 7,3 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Inmarsat. Die Aufsichtsbehörden haben dem auch schon zugestimmt. Jetzt gerade diese Woche machte die Financial Times News Schlagzeile, dass die Satellitenbetreiber SES und InterSat sich auch in aktiven Fusionsgesprächen befinden. Bei einer Zusammenlegung der Firmen würde es um einen Jahresumsatz von 4 Milliarden Dollar gehen. Es geht eine Konsolidierungswelle über die Satellitenindustrie, eine Branche, in der man sehr lange sehr gutes Geld verdienen konnte und aktuell vermutlich ein bisschen die Panik ausbricht. Ich finde das ja eigentlich immer ganz gut, wenn alle paar Jahre mal eine Industrie, die sich gut eingerichtet hat, ein bisschen durchgerüttelt wird. Ich habe mir überlegt, dass ich hier immer mal wieder ein paar Wirtschaftsnachrichten aus der Raumfahrt einstreue, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, dass wir im deutschen Sprachraum immer noch nicht so richtig verstanden haben oder verkennen, was da gerade in der kommerziellen Raumfahrt passiert. Schätzungen gehen von einer zukünftigen Marktgröße von 1000 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr aus. Das ist mehr als doppelt so viel, wie die gesamte deutsche Automobilindustrie umsetzt. Ich sage absichtlich 1000, damit niemand mit Billionen und Billion durcheinander kommt. Apropos viel Geld. Lucy in the Sky with Diamonds. Die NASA-Mission zu den Jupiter-Trojanen Lucy hat grob auch eine Milliarde Dollar gekostet und kurz nach ihrem Start Probleme mit einem ihrer Solarpaneele gehabt. Die sollten sich eigentlich jeweils wie ein Fächer öffnen, was bei einem aber nicht vollständig gelang. Ja, die Energieversorgung ist natürlich bei einer so hochkomplexen Mission extrem kritisch und so durfte man sich berechtigt Sorgen machen. Jetzt kam das Aufatmen. In einem NASA-Update teilte die Raumfahrtbehörde mit, dass die Solarpaneele von Lucy funktionstüchtig genug sind, um in den kommenden Jahren ihre wissenschaftlichen Aufgaben zu erfüllen. Ich habe sie dann letzte Woche kurzfristig in den Titel genommen, der Wiedereintritt der Langen Marsch 5b Erststufe. Ja, die Langen Marsch 5b ist die Spezialvariante der Langen Marsch 5, mit der die chinesische Raumstation aufgebaut wird. Während andere Raumfahrtnationen sich Mühe machen, ihre Raketenstufe möglichst kontrolliert wieder eintreten zu lassen, bleibt die Kernstufe der Langen Marsch 5b eine gewisse Zeit lang im niedrigen Erdorbit. So kann nicht vorher bestimmt werden, wo sie denn jetzt dann genau runterkommt, geschweige denn gezielt ein Absturz herbeigeführt werden oder ein Absturzgebiet ausgewählt werden. Bei einer über 20 Tonnen schweren Raketenstufe ist das natürlich nicht so cool. Mit dem Eintritt über Malaysia und dem Einschlag von Teilen in Borneo, teilweise nur 100 Meter von einem Dorf entfernt, hätte das Ganze auch richtig schlimm ausgehen können. Dementsprechend ist die Kritik auch berechtigt, besonders da es nur wenig Objekte gab, die größer waren und unkontrolliert wieder eingetreten sind. Saioid 7 und Skylab würden mir da jetzt einfallen. Apropos Skylab, die über 90 Tonnen schwere US-Raumstation aus einer umfunktionierten Saturn 5-Oberstufe ist bei ihrem unkontrollierten Wiedereintritt über Australien verglüht und Teile sind auch auf australischem Boden gefallen. Fun fact, die australische Gemeinde Experience Shire hat der NASA einen 400 Dollar Strafzettel wegen unerlaubter Abfallentsorgung geschickt. Ja, die NASA hatte die Bezahlung übrigens abgelehnt. Mensch, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Australien war die Überleitung. SpaceX ist auch immer mal wieder wegen Weltraumschrott in den Schlagzeilen. Wie gerade bekannt wurde, ist ein Teil seines Dragon Raumschiffes in Australien eingeschlagen. Es scheint sich dabei um eines der Leitwerke des Drunks zu handeln, also der Kofferraum der Dragon. Der wird ja vor dem Wiedereintritt abgeworfen. Offenbar ist es dann aber so leicht, dass er nach dem Auseinanderbrechen zu leicht ist, um in der Atmosphäre zu verglühen oder vollständig zu verbrennen. Bisher gab es keine Stellungnahme von SpaceX zu dem Vorfall. Vielleicht wird sich ja auch die NASA dazu äußern. Oder SpaceX wird von der NASA zu einem Statement gedrängt. Denn der Trunk war wohl von der Crew-1-Mission der NASA. Also Entsorgung von leer gebannten Raketen, aber auch von Raumschiffteilen und Altsatelliten. Riesenthema. Fun Fact, Wiederverwendung löst das Problem. Zumindest für die Raketen und Raumschiffe. Denn wenn alles wieder auf die Erde gebracht wird, wird alles wieder auf die Erde gebracht. Aber bis in den Weltraum so weit muss man ja eigentlich gar nicht gehen. Es ist ja eigentlich auch eine Riesensauerei, dass Erststufenbooster einfach so ins Meer geworfen werden. Das ist gängige Praxis bei Atlas und später dann auch Vulcan von ULA, aber auch europäische Ariane und Vega-Raketen und ganz viele andere Raketen, die einfach ins Meer entsorgt werden. Apropos Entsorgung. Bei dem ganzen ISS-Austritt-Nicht-Austritt-Von-Russland-Thema kann man ja nicht ganz ausblenden, dass die Station früher oder später auch entsorgt werden muss. Wenn man das als Ganzes tut, wird man erhebliche Mengen an Treibstoff oder Schub brauchen, damit das kontrolliert gelingt. Sowohl für die ISS-Entsorgung als auch für eine Übernahme der Lagerregelung und des Antriebs, das bisher ja vom russischen Teil erledigt wurde, ja, da hat die NASA die amerikanische Industrie beauftragt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wird bei der NASA an der Ausarbeitung einer formellen Anfrage an die Auftragnehmer gearbeitet, um Wege zu finden, die Raumstation früher als geplant aufzugeben, falls Russland sich doch aus der Allianz zurückzieht. Sowohl Northrop Grumman als auch Boeing sollen dann Konzepte erarbeiten, die den Ausfall der russischen Fähigkeiten für die Stationen kompensieren. Das hat man sich eigentlich denken können, dass so etwas passiert. Trotzdem hochspannend, dass das aktuell Informanten durchgestochen haben. Wie die Quelle weiter zitiert wird, arbeitet auch SpaceX an der Lösung von der russischen Abhängigkeit. Und das bringt uns zu SpaceX und der Starship-Entwicklung. Für mich der Höhepunkt der Woche war der Helikopterflug von Felix über den Startanlagen in Cape Canaveral. Endlich bekommt man eine Zusammenfassung und zusammenhängende Bilder der Fortschritte bei SpaceX, aber auch von Blue Origin. Wenn ihr die Bilder in den Gesamtzusammenhang eingeordnet sehen wollt, unbedingt die neue Whataboutit-Folge anschauen. Und wenn ihr mehr der Bilder sehen wollt, überlegt doch, ob ihr Felix und die Y-Family in Florida nicht durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützen wollt. Noch gibt es keine zusammenhängende Live-Berichterstattung vor Ort wie jetzt in Boca Chica, aber von Felix und aus Florida stelle ich mir das großartig vor. Und man muss Felix lassen, er hatte den richtigen Riecher mit Florida. Während sich alle auf Boca Chica konzentriert haben, hat Felix von Anfang an gesagt, die Musik wird dann letztendlich in Florida spielen. Mir bleibt nur, vielen Dank für eure Arbeit zu sagen, ganz liebe Grüße an die Y-Family aus Deutschland. Ich finde an den Luftaufnahmen am bemerkenswertesten die Struktur bei den Arbeiten. Während das in Boca Chica doch alles eher nach Hauruck und was nicht pass wird passend gemacht aussah, ist das in Florida doch schon ein viel geordneteres Bild. Die Fundamente für die neuen Highbase, die Produktionshalle diesmal nicht in Zelten. Ja, und auch als Gesamtanlage sieht das irgendwie nicht so nach Flickenteppich aus wie in Boca Chica. Auch für die Produktionsanlagen hat SpaceX Prototyping betrieben und weiß nun offensichtlich ganz genau, was es will und zieht das Ganze nochmal deutlich schneller hoch als in Boca Chica. Ja, the machine that builds the machine. Aber ist ja eigentlich auch nicht verwunderlich, wenn man Tesla das Know-how für die schnellste Durchlaufzeiten für Elektroautos in der Branche hat. Für den ist die industrielle Fertigung von Raketen vermutlich leichtes. Bei einem SpaceX-Fanboy-Tum, muss ich ja irgendwo eingestehen, ich komme ja doch nicht drum herum zu sagen, dass die Fertigungsanlagen von Blue Origin nochmal deutlich besser aussehen als bei SpaceX. Oder zumindest von außen. Alles irgendwie cleaner und ordentlicher. Das muss natürlich nichts heißen und Blue Origin muss auch erstmal in den Orbit kommen, bevor sie von irgendeinem dahergelaufenen Weltraum-YouTuber ernst genommen werden. Aber so langsam, ja, da gehen uns ja doch die Blue Origin-Witze aus. Bemerkenswert in Felix' Whataboutit-Folge fand ich auch die Tatsache, dass die neuen Mechazilla-Arme deutlich kürzer sind als die in Boca Chica. Als Grund wurde von Felix vermutet, dass sie nicht zum Fangen gedacht sind, sondern zum Stacken nur. Ja, das Fangen oder Landen dann vielleicht woanders erfolgt. Da muss man dann aber auch sagen, das wird ja so ein bisschen gegen das viel gepriesene Rapid Reuse sprechen, also dass man direkt dann nach dem Start die Rakete vor Ort dann wieder für den nächsten Start vorbereitet. Aber wir werden sehen. Die von euch in den Livestreams oft gestellte Frage, wann denn nun mit dem nächsten Starship-Startversuch zu rechnen ist, ja, das kann ich euch leider nicht beantworten. Ich lag in den letzten zwölf Monaten mit meinen Schätzungen so weit daneben, dass gegen mich Elon-Time wie ein Metronom aussieht. Aber ja, ich bin mir sicher, dass SpaceX das mit dem Starship früher oder später hinkriegt. Was ja dann trotzdem ein Megadeal wäre. Wie sagt Elon Musk immer so schön, wir machen das Unmögliche mit Verspätung. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte der Start einer indischen SSLV-Trägerrakete bereits erfolgt sein. SSLV, das steht für Small Satellite Launch System und der Name, der ist Programm. Die 2 Meter breite und 34 Meter hohe und grob 120 Tonnen schwere Rakete kann Nutzlasten von etwa einer halben Tonne in den Leo bringen. Moment, 120 Tonnen für 500 Kilogramm Nutzlast? Was ist denn das für eine Gurke? Wirst du dir jetzt vielleicht denken. Das liegt am Treibstoff. Alle drei Stufen arbeiten mit Festtreibstoff und der ist prinzipbedingt einfach nicht besonders effizient. Der Start ist für 5.48 Uhr MES-Z geplant. Am Dienstag, den 9. August, startet Roskosmos von Rostochni eine Soyuz 2.1A mit Fregat-Oberstufe mit einem Meteor-M-Wettersatelliten. Startzeit ist 2 Uhr MES-Z. Am Mittwoch, den 10. August, startet SpaceX eine Falcon 9 von Florida aus. An Bord sind Starlink-Internet-Satelliten und die Startzeit ist 1 Uhr morgens MES-Z. Am Freitag dann ein für mich eher strembarer Start. SpaceX startet von der Westküste von der Wendelberg Space Force Base eine Ladung Starlink-Satelliten mit einer Falcon 9. Startzeit ist 23.30 Uhr MES-Z. Ja und wenn du meine Live-Streams zu den Raketenstarts nicht verpassen magst, unbedingt zusammen mit dem Abo die Glocke aktivieren, damit du benachrichtigt wirst, wenn ich dann live bin. Aber das Abo ist generell auch keine schlechte Idee, denn auf Segerichtstarter gibt es ja jede Woche mit den News, die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden Hintergrundwissen für dich, wie die beeindruckende Technik hinter Raketenstarts funktioniert. Die aktuelle Folge der letzten Woche erklärt beispielsweise, wie die Landung der SpaceX-Ferke 9-Booster funktionieren und warum das so eine mörderische Landung sein muss. Ja, das verlinke ich dir hier. In der Raumfahrt geht mega die Post ab und wir sind auf dem Weg zu unserem persönlichen Apollo-Moment. Also der Moment, wenn die Menschheit die nächsten großen Sprünge da draußen unternimmt. Ich kann das kaum erwarten, wenn es dir genauso geht, dann like nicht vergessen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.